Hallo, mein Name ist Max Hopp, auch besser bekannt als der Maximizer. Wir sind hier in Hessen, in meiner Heimat in der Nähe von Instein und es findet heute ja eigentlich einer meiner ersten Workshops überhaupt statt. Ich habe mich dazu entschlossen, ein bisschen was von meinem Wissen zu teilen. Ich habe ja schon viel auch im Ausland trainiert, unter anderem mit dem fünfmaligen Weltmeister Raymond von Badenfeld. Als ich gesehen habe, wie diese Jungs trainieren, habe ich gedacht, okay, das, was ich in Deutschland gesehen habe, da machen viele, viele Leute Fehler. Da ist definitiv Potenzial nach oben und ich möchte vielen Spielern auf Amateurgebene helfen, ihr Spiel zu verbessern, dass sie dann im Zug bei den Turnieren richtig abholen. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ja, der Tag ist vorbei. Es war wunderschön und ich hoffe, ich konnte einen friendly Spielern helfen und bin jetzt sehr gespannt, ob sie die Tipps, die ich ihnen mitgegeben habe, auch umsetzen, weil damit steht und fällt es schlussendlich. Ich kann viel erzählen, aber die Jungs müssen es an der Scheibe umsetzen. Ich habe aber ein gutes Gefühl und freue mich schon auf die nächsten Workshops. Vielleicht ja mit euch. Bis zum nächsten Mal.